Also du hast bei Elen Ingham den Kurs gemacht, also Soy Food Web Lab, ihr habt ganz klar den regenerativen Anspruch, John Kempf ist ein Begriff. Erzähl doch da mal noch ein bisschen was. Ja genau, wir haben hier deswegen uns auch einfach entschieden, das zu machen, weil wir ausprobieren wollten. Und mit einem Chef und im Weinbau großen Verlusten, die du realisieren kannst in so einer Anlage, wenn dir die Trauben nichts werden, war zu viel, zu versuchen nicht. Ich setze es mal voraus, dass ihr alle schon mal so zumindest grundsätzlich was gehört habt. Wir arbeiten hier mit selbstgemachtem Kompost, Komposttee, wir mikroskopieren viel. Ich mache da auch mein Consultant Training im Moment. Das sollte ich eigentlich jetzt hoffentlich bald mal mit dem fertig werden. Das hat uns eigentlich ganz gute Dienste erwiesen, die Wunderwaffe, wie es es selber gerne darstellen, ist es natürlich nicht. Musst du bestimmt die Hälfte von abziehen. Vielleicht sind wir auch noch nicht gut genug, kann ja auch sein. Aber einfach einen Kompost nehmen und Komposttee machen ist auf jeden Fall eine schlechte Idee. Ich habe jetzt schon ein paar Komposttees eingeschickt bekommen von anderen. Da waren echt richtig fiese Sachen unter dem Mikroskop zu sehen. Es war nicht so, dass es nichts bringt, sondern dass es wirklich schädliche Organismen zu sehen waren, weil einfach Fehler gemacht werden, weil der Kompost Schrott ist. Da sollte man tatsächlich sich ein bisschen mit beschäftigen und es gibt ja immer mehr, die das Grundding gemacht haben. Also ihr könnt gerne uns was schicken, vorher Bescheid sagen, dass es nicht irgendwo bei der Post rumliegt. Oder du hast jemand sonst in der Gegend, der zumindest mal grob mit dem Mikroskop umgehen kann. Und dann ist Kompost selbst machen wirklich auch zeitintensiv, aber es lohnt sich. Und wir haben dann zum Beispiel mal ein Beet, wo wir gemerkt haben, oh da war irgendwas, da passt irgendwas nicht. Das kriegt dann von dem Kompost. Für alle Beete haben wir nicht genug. Und dann, weil du jetzt schon Kempf erwähnt hast, ich mache ganz viel über Pflanzensaftanalyse. Gerade jetzt bei den teureren Kulturen wie Gurken und Tomaten. Weil wir am Anfang gemerkt haben, hier ist in der Eifel, wo wir sind, wirklicher Senke, ist klotziger, schwerer, roter Lehmboden. Der verzeiht dir überhaupt nichts. Das sind diese bekannten Minutenböden. Die werden natürlich besser, wenn ich darum kümmere, ist klar. Aber die geben viele Nährstoffe nicht her, die Böden. Und wir haben die ersten zwei Jahre viel mit Eisenmangan über das Blatt gedüngt. Siehst du dann auch, wie die Pflanzen wirklich glänzen und bessere Photosynthese betreiben, schneller wachsen, weniger Krankheiten, das hast du gut gesehen. Dann waren aber auch mal andere Mängel. Dann haben wir mal einen Bohrmangel gehabt. Dann hatten wir hier im Folientunnel eine Chlorvergiftung, weil wir so viel Chlor anscheinend im Trinkwasser hatten. Ach krass. Ja, weil die wurden einfach krank, die Pflanzen. Dann habe ich es eingeschickt bei NovaCrop, kam zurück. Chloridwert, jenseits vom Gut und Böse. Seitdem auch mitschreiben, diese Huminsäuren, die du flüssig kaufen kannst, die sind jetzt für viele Sachen nicht geeignet, aber die sind gut geeignet, um Wasser des Chlor rauszunehmen. Und wir haben eh hier so ein paar Tanks, in denen wir Regenwasser sammeln und dann kriegen die Beete hier ab und zu einfach das Wasser direkt aus der Leitung angeschlossen. Und ab und zu wird das Wasser erst in den Tank laufen lassen. Dann wird es auch warm, finden die Gurken eh besser. Und abends kommt es dann erst in den Tunnel und in dem Tank kannst du dann eben diese Huminsäure einrühren. Da brauchst du auch auf 1000 Liter mal 200 Milliliter oder sowas, das bringt schon was. Oder wenn du es schon länger nicht gemacht hast und du hast das Gefühl, dein Boden ist ein bisschen vergiftet. Ruhig mal einen Liter auf 1000 Liter Huminsäure in den Tunnel laufen lassen, diese Tröpfchenbewässerung läuft ja ohne Druck. Der Tank steht einen halben Meter höher. Das reicht schon. Und das sind ja fünf Reihen mit 44 Meter hier im Tunnel. Läuft bis zum Ende. Klappt. Ist ganz gut. Weil die ein bisschen Druck kompensiert sind, dann laufen die erst voll. Das machen wir. Und ja, eben Plattdüngung, wenn ich sehe, dass da mal Bohr fehlt oder sowas oder Bohr-Molybdähen kriegen bei uns die jungen Kohlsetzlinge eigentlich grundsätzlich mal, weil die da gern mal im Mangel sind. Damit arbeiten wir viel, haben große Erfolge eigentlich. Wir haben jetzt bis August keinen einzigen Erdfloh im Garten gehabt. Und jetzt, wo es so trocken und heiß ist, jetzt übernehmen die. Aber ansonsten war es gut. Wir haben viel, viele Nützlinge auch. Wir haben einen, so einen kleinen Blühstreifen. Das reicht. Das ist irre, was da an Wespen sich dann schon ansiedelt, wenn man den auch... Der wird einmal im April gewalzt und dann mal Büsche rausgeschnitten, wenn irgendwo mal eine Pombeere durchkommen sollte. Da gehen wir auch im Sommer mal durch und gucken, dass da nichts durchkommt, was wir gar nicht wollen oder irgendwie große Melde, Saatgut wirft. Aber ansonsten wird es in Ruhe gelassen und das lohnt sich auch. Ja, also Ingheim Komposttee, die Kämpfsachen eben versuchen, die Photosyntheseleistung zu erhöhen über Blattdünger. Immer Algen, flüssige Algen mit rein. Ja, das sind so die Sachen, die wir machen. Ansonsten düngen wir nur mit Luzernenpellets und Hühnertrockenkot. Die Kulturen, die ein bisschen mehr brauchen, kriegen eben das Tierische. Und so einen Salat, die kriegen einfach mal 100 Gramm pro Meter Luzernenpellets. Das ist 2% N oder was das ist. Das ist eher, dass das Bodenleben wach bleibt oder im Frühjahr überhaupt schneller wach wird. Aber die Kultur wird damit ja nicht gedüngt, kaum zumindest. Hat es bei den Gurken, die hier jetzt raus sind, hat es da Analysen gemacht? Also weißt du, was da in der Imbalance war? Ja, da haben wir vor längeren Analysen gemacht. Da war noch alles in Ordnung, aber wir haben die einfach zu eng gepflanzt dieses Jahr. Und die hatten dann tatsächlich alle schon, als ich das letzte Mal gemessen hatte, kein Nitrat. Also das ist immer gut. Aber auch die ansonsten Stickstoffwerte einfach waren viel zu niedrig. Also sie sind mehr oder weniger verhungert. Und dann wurden sie anfällig. Und jetzt haben wir hinten nochmal 40 Pflanzen oder so einen neuen Satz gemacht. Da kam einfach viel mehr ins Pflanzloch rein. Da haben wir zu eng gepflanzt, zu wenig Futter ins Pflanzloch. Einfach. Das ist übertrieben mit engen Pflanzen. Mal ausprobieren wollen und hat halt nur mäßig geklappt. Wir haben okay geerntet, dass wir damit Geld verdient haben. Aber die hätten auch gerne auf drei Wochen stehen können. Hätten uns auch gefreut. Laufen wir ein bisschen rum? Können wir machen, ja. Wann habt ihr die Tomaten gepflanzt? Wir pflanzen immer erst hier in KW 20, weil wir echt saukalt manchmal noch haben. Und hier haben wir dieses Jahr auch mal wieder ein bisschen zu viel experimentiert. Wir wollten halt sehen, wie gut unser Bodengefüge schon ist. Und haben im Winter hier, die Folie ist ja unten. Es regnet ja hier nicht rein. Aber das Wasser von den Seiten zieht bis in die Mitte. Hier ist alles nass gewesen. Also die Winterniederschläge waren da. Und dann haben wir, ich weiß jetzt, die KWs nehmen, aber irgendwann Anfang März, Ende Februar, den Tunnel vollgepflanzt, einmal angegossen und haben gesagt, so und die gießen wir jetzt nicht. Weil die sollen mit dem Wasser mitwachsen. Das gab riesen Fenstel, tolle Salate, alles richtig toll. Nur danach war der Boden echt trocken. Das war halt, da haben wir die Tomaten da rein gepflanzt und haben die sie am Anfang nicht schnell genug so nass wieder gekriegt. Da haben wir einfach, das war komplett leer. Und deswegen waren die am Anfang ein bisschen langsam. Aber jetzt sind sie eigentlich, ja, jetzt produzieren sie schön, hängt gut was drin. Hier hinten sind so ein paar alte Sorten, mehr oder weniger von Eigenbedarf nur. Weil wir hatten keine Lust zu viel zu experimentieren dieses Jahr. Und die Leute streiten sich sonst auch um die schönsten Ochsenherz wollen sie an alle und davon produzierst ja nicht so viel. Deswegen für die Kunden gibt es jetzt nur noch eine Sorte, ganz klassische rote Tomaten. Nichts, nichts Wildes. Genau, ein bisschen Tagetes mal dazwischen gepflanzt, Ringelblumen, weil es schöner aussieht und weil es dem Boden gut tut. Und weil wir hier die ersten Jahre extrem viel Ärger mit Drahtwürmern und sowas hatten. Und dann wollten wir einfach, dass das Bodenleben weiter gefüttert wird, dass die Antagonisten genug da sind. Hat sich das ein bisschen relativiert? Komplett. Wir haben letztes Jahr noch teilweise die Hälfte der Beete verloren bei Salat. Und dieses Jahr haben wir, glaube ich, im ganzen Jahr zehn Köpfe verloren. War echt gut. Also Drahtwürm auch sowas. Einfach immer wieder, du musst sie töten, du musst sie raussammeln und aushalten und die kommen dann auch nimmer. Die sind irgendwann einfach weg. Also ihr seid immer Herr, wenn ihr gesehen habt, einen Salat schlappt, dann rausgezogen, Drahtwürm getötet, genau. Sehr ärgerlich. Also einerseits befriedigen, die Kerle zu zerreißen, aber sehr ärgerlich, weil du halt echt immer mit dem Tod deiner Pflanzen konfrontiert warst. Aber wir hatten eh noch nicht genug Hunden. Es war okay. Wir haben die ganzen Salate noch nicht gebraucht. Jetzt, wo wir sie brauchen, überleben sie. Genau, hier siehst du mal so ein Beet. Da haben wir gerade die Woche die Möhren rausgeholt. Das ist einfach dann, diese Klumpen sind nicht mehr einzufügen in ein Beet. Und ihr habt ja nie Kompost eingearbeitet, ne? Wenn man das hier sieht, ich weiß nicht, ob es jetzt im Video sichtbar ist. Ich glaube, es ist besser. Aber das ist, hier oben ist die Oberfläche. Und hier unten, diese dunklen Einschlüsse, da hat der Wurm den Kompost von oben nach unten gearbeitet. Ja, und es geht ja relativ tief. Siehst du hier auch noch dunkle Einschlüsse? Genau, wenn wir mal von hier schauen, hier ist die Oberfläche, oder? Ja. Ja, genau. Und hier unten sind noch dunkle Einschlüsse. Nach zehn Zentimetern. Mindestens. Ja. Ja. Klar, das ist jetzt super hart. Ja, aber trotzdem, also super hart. Aber du siehst trotzdem die Feinporen, das nimmt sofort wieder Wasser auf. Aber jetzt ist die Biologie natürlich hinüber. Ja. Also ich hoffe, dass sie einiges verkapselt hat und dann wiederkommt. Aber das meine ich mit Zubeti, die dann wie eine Gesundungskultur Felsalat brauchen, weil es einfach, das ist nicht zu machen. Du musst die Möhren rausholen und dann liegt es halt so da. Und du kannst auch nicht rächen, so einen Klumpen. Das ist nicht mehr zu schließen, richtig. Wir haben jetzt mal wieder eine Ladung Kompost bestellt. Die kommt dann nächste Woche. Dann machen wir vielleicht zumindest mal wieder eine Schicht drüber, dass es nicht, ja, jetzt ist eigentlich auch nichts mehr zu retten, aber dass die Sonne nicht weiterhin komplett drauf knallt. Vom Ertrag her waren die Beete aber gut. Die haben wenig Bewässerung nach ihrer Jugendphase gekriegt. Und wir holen hier pro Beet ein Kilo, weiß ich jetzt nicht, aber wir bündeln die ja direkt. Und es ist ein schöner Bund, die Leute sind zufrieden. Zweimal 160 Bund von so einem Beet. Ja, 24 Meter Beet. 24 Meter Beet. Zwei Wochen ernten wir da gut von und jetzt den letzten Meter haben wir dann nicht mehr gebündelt, weil wir schon genug hatten, dass dann wieder für uns Privatbedarf nochmal 10 Kilo obendrauf oder sowas. Das ist echt teilweise, also wenn wir für den Winter ernten, zum Einlagern für uns selbst. Was wir nämlich hier machen, also wir nutzen die ganzen, es sind 66 Beet insgesamt auf der Fläche, die nutzen wir gar nicht alle für den Marktgarten. Also einige sind einfach nur Eigenbedarf, weil wir, wenn du so tolles Gemüse den ganzen Sommer hast und dann im Winter wieder in den Supermarkt gehst, das machst du ja nicht gerne. Und wir bauen dann halt viel an und lagern das für uns selbst. Und was davon zu viel ist, wird dann nochmal eben dieser freie Verkauf im Winter gemacht. Aber da kommen gut und gerne mal vier, fünf Kilo pro Meter an Möhren runter. Vom Saatabstand, ja, Cheng Sieder, sie ist ja relativ eng und meistens mindestens fünf reich. Manchmal sechs reich, aber so vier, vier, fünf Reihen sind meistens drauf. Und das ist jetzt eben in der Trockenheit gekeimt, also da fehlen schon ein paar. Das könnte auch ein bisschen dichter nach unserem Geschmack sein, aber es ist trotzdem noch dicht genug. Ja, zur Bewässerung muss man dazu sagen, ihr habt Druckprobleme, weil ihr nur Stadtwasser habt. Und wir sind Ausfiedlerhof, wir sind die Letzten in der Leitung. Wir merken zum Beispiel morgens um sieben, wenn die Leute duschen, geht der Druck hier runter. Das ist ein bisschen speziell. Und dann noch, wir teilen uns das Wasser ja mit Karl und Viviane, die ja auch ihre, also gerade Karl macht ja die Tiere, die ihre Kühe ja auf der Weide auch wässern müssen. Und wenn der Karl ein Wasserfass voll macht, dann kommt hier quasi nichts mehr an. Was aber Druck, mit wenig Druck noch läuft, sind die Tropfschläuche natürlich. Und wir haben, hier siehst du es ja, von Netafilm ist das auch so Mikrosprinkler. Die nehmen wir immer zum Möhren, zum Keimen bringen. Der schafft vier Beete. Ja, und zwei Beete Möhren haben wir gerne nebeneinander und die Beete nebendran. Da wird dann auch eben, wenn es klappt, eine junge Kultur hingestellt, dann sind die mitgewässert. Und da hast du halt keine Arbeit mit. Machst du einfach nur an und wenn der Druck niedrig ist, wenn der Karl zum Beispiel Wasser zieht, dann reicht der Druck noch für die zwei Beete, die direkt nebendran sind. Und ja, die Möhren sind doch schön gekeimt für die Trockenheit. Voll. Aber ist halt eben auch der Hintergrund, ihr habt jetzt nicht wie andere Market Gardens hier überall die großen Regner rumstehen und es ist immer alles feucht. Das heißt, bei euch trockenen Beete auch wirklich durch. Kann passieren, ja. Ja, wie jetzt das Möhrenbeet, weil er einfach... Das kriegt dann kein Wasser. Genau. Da stehen ja Sprinkler noch. Also hier steht ja auch einer. Aber die haben wir gebaut, bevor wir wussten, wie windig es hier in Wittlich oft ist. Oder hier gerade in Bonnbogen, diese Ecke, da kommt so ein Tal und da zieht es immer durch. Also wir haben meistens Wind. Es ist ja, wie du vorhin sagtest, zum Arbeiten ganz nett, aber es trocknet halt noch mehr aus. Und die Sprinkler könntest du eigentlich nur nachts laufen lassen. Ne, und dann bringen sie dir auch nicht mehr so viel. Und wir haben trotzdem ja bisschen noch Ecken, wo es auch wirklich so schlimm trocknet, dass es Risse im Boden gibt. Da müssen wir halt noch weiter arbeiten. Das sind dann so Ecken, die dann unseren guten, selbstgemachten Kompost kriegen. Wo wir auch in dem Mikroskop sehen, dass da viel Leben ist. Die kommen dann da rein und ja, hoffen, dass die ihre Arbeit dann machen, die Lebewesen. Das heißt hoffen, die machen es ja schon. Daoleslang. Ja, hoffen wir.